Und was bekam der Salgottenweib aus dem alten Haus aus Prag? Aus Prag bekam sie das Stöckchen so, einem Grot und da zu der Stöckchen so, das bekam sie aus der Stadt Prag. Und was bekam der Salgottenweib aus Oslo über dem Lund? Aus Oslo bekam sie das Kräcklein aus Präck, auf es liefgebild das Präcklein aus Welt, das bekam sie aus Oslo aus Prag. Und was bekam sie das Kämme am Tag? Aus Oslo bekam sie das Kämme am Tag. Aus Oslo bekam sie das Kämme am Tag und da zu der Stöckchen so, erholen wir ein Wort, das bekommst du ja vom Verlacht. Und was bekommst du, so ein Bäum, aus Brüssel im mögischen Land? Aus Brüssel bekommt sie aus seltenen Spitzen, ach, da zu besitzen, die belgischen Spitzen, das bekommst du aus belgischem Land. Und was bekommst du, so ein Bäum, aus der lächsten Stadt Paris? Aus Paris bekommt sie das seltene Kleid, zu den Nachbar im Neid, der seltene Kleid, das bekommst du ja aus Paris? Und was bekommst du, so ein Bäum, aus den südlichen Bukarest? Aus Bukarest bekommst du, so ein Bäum, der seltene Kleid, das bekommst du aus Bukarest? Und was bekommst du, so ein Bäum, aus dem weiten Russen Land? Und was bekommst du, so ein Bäum, der seltene Kleid, das bekommst du aus Bukarest? Und was bekommst du, so ein Bäum, der seltene Kleid, das bekommst du aus Bukarest?